Und ich neige zwölf und der Leiner nicht mehr und seine Nacht Ich bin wieder im Alarm Ah nah Cadillac Im Cadillac du ja Mit dir nur mit dir hatte ja ja Nur mit dir hatte ich Komm doch bitte mit dir flieg mit mir heute nach Havanna Fliege nach Aden Nur um dich zu sehen Keiner so schön wie du Zu viele Fantasien in meinem Kopf So Leute mit kommt Pack 2 Spieler Pack noch 2.85 das Geld leichter Leute Gern Abonnenten Ich hoffe doch ihr seid dabei Ich hoffe das ist ja Rechter Flügel Ist das was safe Keine Ahnung Ja gut ist in Ordnung geht klar Leute Ihr wisst es he Checkt noch gerne mit Schau Gönnt euch den leichter rein In rot blau orange Stuhl mit Kissen Klappen Turndeutel Meist LED Lampen Und vieles mehr Leute Gerne abchecken Unterstützt mich natürlich mit jedem Kopf Und ihr wisst es euer Pack-Up ist direkt verdoppelt Also gönnt euch Peepo und Eiketzlar Worn am Start Große Legende Vorher ist der Kollege Elkesin Barbarin Also schau mal schreibt mir mal gerne in die Kommentare was ihr gezogen habt Was für euer bester Spiel an FIFA 21 Gerne abonnieren Blockaktieren Tätig einschalten Ich hoffe ihr seid dabei Und ich hoffe Das finde ich 281 Alles besser wie nicht das Boah Das sieht mir gar nicht gut aus Aber ich hasse es Ich hasse es Ich hasse es Frankreich Vorwärts Luis Ah ok Wirds Jetzt schon zu 99% sicher Das hinter Luis ein 85er ist Weil Ach die Chance ist halt beim 87er als erster Spieler Naja Sehr sehr hoch Das der 2.85er ist Ach ja Naja Aber es ist ok Immerhin Luis Gucken mal 100%ig 85er Komm mit den 86er Ja Naja Es ist ok Alter Luis und Audrey Leute Wir haben in unserer Prime Pack Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung Ob ich euch das Video zeigen Oder dieses Pack jetzt zeigen Wer kommt drauf an was drin ist Wir gucken mal Ich nehme es einfach mal mit auf Denn Man weiß ja nie Was es wird Oh mein Gott Aber wir haben noch einen äh Spielerball Kick Das Ja 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 gut Digga Warum geben wir nicht immer an vorne drauf Jetzt noch ohne Scheiß klar Ok Einer von 4 83 Kurz oder höher Kann nur besser werden Das sind die Letzte Wir schauen mal was drin ist Come on Es wirds Umtiti Gündor Feminis Und Donnarumma Donnarumma wird zwar higher rated Aber Äh Ich brauche noch Genau glaube ich Ein erstpräsentialer Ligaspieler Für die Äh Icon Swaps Deswegen nehmen wir jetzt Umtiti mit Äh Donnarumma hat eh nur 2 Punkte höher Also von daher Jetzt nicht so heftig Umtiti Und Ja Sonst Der Rest So Ab gehts Prime Gaming Pack Gratis Amazon Prime Pack Holts euch ab Leute Wenn ihr Amazon Prime habt Du krank die Packs Zu krank Zu krank Deutsche Land Torwart Neuer Oh mein Gott Neuer oder Testigen Best Case Witz ihn Worst Case Ich glaube keinen anderen Torwart 83 Deutschland gibt es nur den Kollegen Egal Das Gute ist wie immer der hier Der ist wie immer der Gute Kommt Wahrscheinlich ist der der Gute Ja Wenn den Fanern nur mit Äh 80 oder 87 Dann wäre die Chance noch höher gewesen Ja Also 3 2 1 Let's go Ich will es wirklich nicht hoffen Ich will es nicht hoffen Weil es wäre so traurig alter Es wäre so verdammt traurig Come on Es ist noch die Chance lebt Die Chance lebt Spanien Die Chance lebt noch Z.O.M Z.O.M Digga Die Typ hat 86 Digga Die Typ hat 86 Ein Rating höher Digga Das ist der beste Spieler aus diesem Pack Der Typ hat ein Rating höher Als unser bester Spieler Den wir gerade aus dem Zwei-Spieler-Set gezogen haben Was soll man dazu noch sagen Was soll man noch dazu sagen Alter Du ziehst zwei Spieler Pack Da ist ein seltener Gold-Spieler drin Der Typ hat eine 85 Ist Pjanic Der Typ ist besser Pjanic ist besser Pjanic ist besser Auch wenn David Silva eine 86 hat Da brauchen wir nicht drüber reden Leute Ihr könnt jetzt in die Kommentare schreiben Welcher Spieler ist besser Pjanic oder Silva Hashtag Pjanic Hashtag Silva in die Kommentare Digga Brauchen wir gar nicht drüber reden Da werden 100% fast alle Pjanic schreiben Digga Das Zwei-Spieler-Pack war einfach besser als das 85er-Fußpack Wo sind wir gelandet ey Wo sind wir hier gelandet Das kann doch nicht wahr sein Digga das ist so traurig ne Das ist wirklich Das ist Das tut einfach weh ey Es tut so krass weh ne Es tut einfach so krass weh ey Ohne Scheiß Es tut so krass weh Es tut so krass weh Das einzige was jetzt noch sein könnte Was gut wäre Wenn jetzt da noch 4-6 Weitere 4-86er drin wäre Aber das wird nicht so sein Da wären mindestens 3-85er drin sein Wenn wir Glück haben ist noch ein 86er drin Das wäre der Glücksfall Wir gucken mal Let's go Das wäre der absolute Glücksfall Wenn noch einer drin wäre Ja Korrekt Digga Korrekt 4-85er Und hier ist auch keiner Da ist auch keiner wo man sagen könnte Okay der ist vielleicht besser als Pjanic Digga Das Zwei-Spieler-Pack war einfach besser Das ist ein 85er Plus-Pack Digga Was ist das Ey Wo sind wir hier gelandet Das sind zwei-Spieler-Pack Mit einer selten Gold-Karte Einfach besser ist als ein 85er Plus-Pack Mit 85ern Digga Das kann doch nicht wahr sein Das kann doch nicht ernster wahr sein ey Das kann doch nicht euer Ernst sein ey Ich weiß nicht Digga Ich weiß nicht was ich dazu sagen soll Leute Ich weiß echt nicht Ich weiß nicht was ich dazu sagen soll Guck dir das Dieses freche Grinsen von Thiago Silva noch an Weil er genau weiß Der hat uns gerade komplett auseinandergenommen Mit seinen Kollegen hier Mit seinen Kollegen hat er uns gerade Komplett auseinandergenommen ey Digga Ich dreh durch ey Ey Ne Dazu kann man nichts mehr sagen Dazu kann man eigentlich nichts mehr sagen Da müsste man eigentlich instant abstoßen Dieses Pack Der Verein eigentlich direkt löschen Eigentlich müsste man den Verein löschen Für so eine Freche Einfach direkt den Verein löschen Dass hier mit diesem Verein gar nichts mehr in Zukunft passiert Weil das ist ja eine Frechheit Das ist ja eine absolute Frechheit Digga Wir packen alles im Verein Digga Aber eigentlich müsste man wie gesagt den fahren Leute Wir kommen zum 5x85er Pack Ich hoffe es wird saftig Schreibt gerne rein was ihr aus eurem gezogen habt Ich bin gespannt wie in Weltlagen Leute Abonnieren Glocke aktivieren Täglich einschalten Ich hoffe doch dass ihr täglich dabei seid Ich würde mich auf jeden Fall sehr sehr freuen Leute Checkt den Nice Shop aus Gönnt euch ne Gönnt euch die Doppeltes Packlack Direkt doppeltes Packlack Mit einem Nice Hoodie Ich hoffe doch bei uns jetzt auch noch 321 Jetzt macht kein Auge Jetzt 5x85er Ganz easy Digga 5x85 Oh Locker Lässig Team of the Season Ist so lang Nix Kann 85er werden Spanien Rechter Verteidiger Der Jesus Navas Neues Schmeckt 91 Schmeckt richtig Denn Da kann auch der eine oder andere Team auf die Season dahinter sein Und es kann auch noch der eine oder andere Highrated Goldspieler dahinter sein Also Muss ich sagen Nice Ich habe kurz gedacht ja Jorente 89 wäre auch gut Aber Navas Digga Navas nehmen wir mit Natürlich direkt noch ein Ticken besser Der Jesus Der Jesus Navas Wir gucken mal 321 Let's go was dahinter ist Come on Gönn was Gönn was Gönn was Gönn was Let's go Digga 2x90er plus Okay 2x85er Aber ich sage so 2x85er akzeptiere ich Geiler ist natürlich wenn nur 1x85er dabei ist Aber Ich akzeptiere es auch wenn 2x85er drin sind Wenn dafür dann 2x90er drin sind Und noch ein 7x80er trotz 3 trotz in einem Pack Kann man machen Digga Sehr sehr nice Gutes Pack Sehr sehr gutes Pack Wenn die immer so aussehen würden Dann kann man es machen Digga Dann lohnt es sich wirklich Aber die sehen Nicht immer so aus Aber ich bin zufrieden Nehmen wir alle mit